. 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 Der Pass! Und das ist das Goal! 10.10 verkürzt auf 2 zu 1. Hier ist er mit dem perfekten Querpass. Und das wird von Lisa Ruedig. Diesmal packt sie die Chance. Diesmal lasst sie es nicht liegen. Es ist unglaublich. Bis zum Schluss haben wir daran geglaubt. Ich habe keine Sekunde zweifeln, dass wir es kehren können. Und ich glaube, genau das hat es gebraucht. 5 Sekunden, bis wir gegen 4 spielen können. Und das ist das Goal! Aus dem Nichts! Aus dem Nichts kommt der Abschluss. Es war Talina Marti. Das ist das Goal! Wo die ZSZ hier wieder hinbringen. So wichtig! So wichtig! Talina Marti bringt ihr Team wieder hin. Das Spiel ist neu lanciert. Perfekt! Sie trifft den Winkel. Und die Flasche macht Zeck und Tschüss! Das heppt hier ab! Der Winkel bietet sie! Ich meine, es ist ein unglaublicher Gefühl. Aber am Ende des Tages hat es eine ganze Team genommen, um dort zu kommen. Und ich hörte meine ganze Team von der Bench zu schießen. Also habe ich es geschossen. Die 10.10 Lions sind Meister! Der Schuss landet direkt im Goal! Und die Freude ist grenzenlos bei den Zürcherinnen. Ich denke, das Spiel an der Swiss Life Arena bringt so viele mehr Fans. Und es ist einfach toll, dass das Womensprogramm, besonders in Switzerland, zu sehen. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr weitergeht. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Es ist einfach ein unglaublicher Gefühl. Und wir haben es zusammen gemacht. Es ist jedes Mal etwas Spezielles. Auch mit dieser Gruppe. Ich muss wirklich sagen, es ist eine der geilsten Gruppen, die wir hatten. Wir haben so viele Freunde und so viele Emotionen, die zusammenkommen. Das ist richtig geil, ja. Es ist ein unglaublicher Gefühl. Und ich kann es nicht mehr in die Worte sagen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich habe so viele Leute in der Welt kennenzulernen. Und so viele Freunde, ich werde so viele Freunde genießen. Ich werde so viele Freunde genießen. Wir sind die Champions der Welt. Wir sind die Champions der Welt. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich habe so viele Leute in der Welt. Oh, wirklich! Vielen Dank.